Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu den Algorithmen und Datenstrukturen. Heute nochmal mit einer wunderschönen Datenstruktur, die für sehr spezielle Zwecke ist. Das ist manchmal eine sehr, sehr geile Datenstruktur und manchmal überhaupt nicht. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Q oder auch FIFO genannt, First In First Out. Die sagt eigentlich auch schon direkt, was da eigentlich Sache ist. Man muss nämlich eigentlich bloß das erste Element, was da reingeht, wieder rausbekommen. Und dementsprechend hat man hier sehr, sehr bedingt nur Operationen zur Verfügung. Und zwar, wenn wir uns so eine Q oder auch FIFO genannt mal angucken, sieht das Ding so aus. Sie hat einen Start und dann sagt sie Schinken, Käse, Ananas, Salami. Und das allererste, was passiert ist, wenn wir ein Element einfügen, dann bringen wir das so rein, dass wir einfach den Start umbiegen und sagen, hey, da ist jetzt ab sofort eine Banane drin. Und die Banane verweist dann eben auf den Schinken. Auf die Elemente zwischendrin kann man in einer echten Q oder in einer echten FIFO gar nicht wirklich zugreifen. Man hat eben nur die Möglichkeit Push, da ein Element direkt an den Anfang einzufügen. Und man hat die Operation Pop, die ich euch jetzt zeigen möchte. Und zwar einmal haben wir hier die Salami. Die wird einfach abgespalten. Also das neueste Element, das letzte Element, das wird abgespalten. Und das nennt sich dann Pop. Und das sind die einzigen beiden Operationen, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, wir können nicht mehr machen. Wir können nur Elemente anfügen und wir können das älteste Element wieder rausbekommen. Also quasi wirklich wie so eine Art First In, First Out oder wie eine Warteschlange an der Kasse. Ja, so kann man sich das vorstellen. Der, der zuerst reingeht, der bekommt auch zuerst sein Zeug und kann damit dann nach Hause gehen. Ja, und alternativ gibt es noch den sogenannten Stack. Den habt ihr vielleicht häufiger mal gehört. Das ist in Wahrheit eigentlich eine Last In, First Out. Also eine LIFO. Das ist ein alternativer Name, falls man sich das vielleicht nicht so gut merken kann. LIFOs sind Stacks. Das ist ein Last In, First Out. Das bedeutet, das Element, das als letztes reingefügt wurde, kommt als erstes auch wieder raus. Voll unfair. Also quasi genau das, was Warteschlangen an der Kasse nicht machen. Ja, überlegt euch mal, der, der ansteht, würde als erstes wieder, also der, der als letztes ansteht, würde als erstes bedient werden. Das ist ein bisschen doof. Aber ja, gibt es auch tatsächlich Anwendungen dafür? Und zwar haben wir jetzt hier zum Beispiel einfach mal eine Liste mit Ananas, Käse, Schinken und Banane. Und wenn wir jetzt eine Salami da reinpushen wollen, hier gibt es auch wieder nur die Operation Push und Pop, dann sieht das folgendermaßen aus. Wir biegen einfach den Pfeil um und sagen, der Start ist ab sofort auf Salami und die Salami verweist dann auf die Ananas. Während wenn wir die Salami poppen wollen, dann nehmen wir einfach die Salami wieder weg und der Start liegt dann auf Ananas. Und wir haben wirklich eine neue Operation Push und Pop. Das heißt, wenn wir jetzt ein zweites Mal Pop ausführen wollen würden, dann würde einfach die Ananas wegfallen und wir würden halt das Element Ananas bekommen, mit dem wir dann irgendwas arbeiten können. Und wenn wir es dann nochmal aufrufen, fällt der Käse weg und dann der Schinken und dann als letztes eben die Banane. Ja, wie gesagt, das sind sehr spezielle Datenstrukturen. In manchen Algorithmen werden wir die verwenden. Deswegen warne ich hier schon mal ein kleines bisschen vor. Eigentlich ist es nicht so schwer, aber im Endeffekt sind es sehr, sehr spezielle Listen, die sehr wenige Operationen nur zur Verfügung stellen. Ihr könnt das Ganze selbstverständlich auch mit einer ganz normalen Liste realisieren. Aber wenn ich von einem Stack, einer Q, einer LIFO oder einem FIFO rede, dann meine ich damit immer eine von diesen beiden Datenstrukturen. So, gucken wir mal ganz kurz noch, wie die Laufzeit dann aussieht bei zehn Elementen. Also, ob das Ganze O von N ist oder ob das Ganze O von 1 ist. Und wir sehen hier selbstverständlich wieder, Push und Pop sind beide, also quasi einfügen und löschen, sind beide in O von 1. Das ist ja klar. Und der Zugriff auf einzelne Elemente, der ist teilweise möglich, wie bei einer Liste. Manche Queues oder Stacks verbieten den sogar komplett. Und suchen, naja, ist auch in O von N möglich, wie bei einer normalen Liste eben auch. Gut, ja, und das waren zwei quasi Speziallisten, wenn ihr so wollt. Nächstes Mal haben wir nochmal was Eigenes, also das ist wirklich was Besonderes dann. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Okay, das war es von meiner Seite erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020